Was ist jetzt mit dem Petersilie, da sehen wir was? Weil er so kurz gerietlich ist, ist natürlich immer so schwer. Weil er immer rausgefallen ist, das ist ja Wahnsinn, ich werde nie fertig mit der Bände da. Tragst du heute auch einen jungen Mann bereits? Nein, aber wir machen ein bisschen Werbung. Was ist denn im Angebot? Was habt ihr denn? Stemmpilze, Eierschwammerl und Marünen sind im Angebot. Und was war noch im Angebot? Und was kommt jetzt bald? Jetzt kommt bald heimische Äpfel. Das ist super. Ja. Bist du so in seinem Angebot aus Österreich? Blumen in seinem Angebot? 14,30. Das geht eh. Jetzt muss man über den Eis noch tun. So weit heben wir es, glaube ich. Passt. Passt. Danke. Bitte, bitte.